die aufzeichnung läuft genau ja es geht um die frage macht mein programm eigentlich das richtige oder die frage kann ich mein entwickeltes programm nicht auch auf korrektheit überprüfen lassen das ist natürlich eine wichtige frage für sie als angehende ja vielleicht doch der ein oder andere wird diesen weg einschlagen software entwickler oder software entwicklerin das wäre ja eine tolle sache wenn ich das irgendwie automatisch überprüfen könnte ob denn die software die sie entwickeln auch das richtige tut und damit wollen wir uns mal auseinandersetzen ja stellen sich die folgende aufgabe vor sie sind auch irgendwann durch erste semester gelaufen oder zweite oder dritte semester wie auch immer da haben sie vielleicht so eine aufgabe bekommen wir sollen ein bestimmter algorithmus implementieren und jetzt stellen wir uns wirklich mal so einen hochschulkontext vor implementieren sie den quicksort aus der vorlesung in c oder c plus plus verwenden sie dabei die in der vorlesung vorgestellte routine partition diejenigen die algorithm bei mir gehört haben werden diese aufgabe vielleicht kennen da sollte man das nämlich so in der art und weise tun ja und wenn ich jetzt so eine aufgabe stelle als lehrperson dann habe ich mit einer reihe von studierenden zu tun und wenn wir jetzt sagen jeder macht das individuell der liefert dann irgendwie eine lösung da kommt dann sozusagen ausführbares programm raus und naja einige von denen werden richtig sein einige von denen werden aber auch falsch sein und das in der regel muss ich mir das irgendwie manuell angucken oder vielleicht lasse ich ein paar test routinen durchlaufen also ich sage naja ich gebe irgendwie so ein paar mögliche eingaben vor die dann der algorithmus durchlaufen soll den sie implementiert haben und da gucke ich mir an wie sich denn der algorithmus bei diesen testfällen verhält schöner wäre es natürlich wenn ich irgendwie ein stückchen software hätte was das für mich übernimmt ja dass ich sage naja ich nehme jetzt im prinzip die programme die jetzt hier eingereicht werden die nämlich und dann stecke ich sozusagen die ergebnisse hier in sonnen habe es jetzt mal praktikums checker genannt stecke ich das rein und der sagt mir jawohl die variante feil und unterstrich 1 das ist korrekt beispielsweise oder sie liefert mir bei einem nicht korrekten algorithmus dann halt auch das ergebnis dass die routine halt fehler aufarbeitet und wenn wir das jetzt sozusagen auf die begrifflichkeiten zurückführen die wir jetzt im rahmen der theoretischen informatik betrachten dann können wir nicht sagen naja der praktikums checker so wie ich ihn hier genannt habe der entscheidet das programm korrektheitsproblem das ist der liefert uns einfach nur die antwort ja das programm arbeitet korrekt oder die eingabe oder eben nein das programm arbeitet nicht korrekt um etwas machen zu können naja was brauche ich dafür ich brauche zumindest mal dass ich eine genaue beschreibung der zulässigen eingaben vorliegen habe also dass ich weiß womit arbeitet denn das ein dass das programm was ich jetzt quasi überprüfen möchte ja im fall der sortierung wäre das also irgendwie eine beschreibung der zulässigen eingabe folgen der dann zu sortierenden elemente das können dann natürliche zahlen sein das können aber auch irgendwie andere objekte sein und was wir brauchen wir brauchen irgendwie eine genaue beschreibung der gewünschten ausgabe und zwar in abhängigkeit von der eingabe ja und beispielsweise bei dem sortierproblem ist das sicherlich dann die frage naja was ist sozusagen das sortiert kriterium und was ist eine gültige sortierung jetzt sozusagen über das praktisch umsetzen möchte dann muss ich natürlich noch überlegen naja für welche programmiersprache mache ich das denn oder wenn es sich um kompilierten code handelt ja für welchen prozessor mache ich das denn das ganze aber davon wollen wir so ein bisschen abstrahieren wir betrachten das mal abstrakt und was ich auf jeden fall brauche das ist eine spezifikation spezifikation ist einfach nur beschreibung von ein und ausgabe und in unserem fall wäre das jetzt hier eine beliebige folge genau wir haben ja hier in der aufgaben beschreibung stehen es sind handelt sich um ganze zahlen das heißt die eingabe besteht aus einer beliebigen folge ganzer zahlen da steht jetzt auch nicht wie viele das maximal sein dürfen ja das können zehn sein das können 100 sein das können auch zehn millionen sein das ist dann nicht weiter beschrieben das ist natürlich schon mal eine prinzipielle schwierigkeit weil es wenn ich nicht mit mit ganzen zahlen auseinandersetze davon gibt es unendlich viele das heißt wir haben also prinzipiell unendlich viele mögliche eingaben für dieses problem und auf seiten der ausgabe muss ich sozusagen die elemente der eingabe jetzt in bestimmte reihenfolge bringen ich habe das mal hier und sie angedeutet dass ich im prinzip diese indizes hier verwendet habe ja p1 bis pn das ist einfach sozusagen eine andere anordnung der indizes eins bis n ja und sozusagen das kleinste element steht ganz links bezüglich jetzt der sortierung und das größte element steht ganz rechts ja und was ich im prinzip hier noch mache ja ich muss sozusagen eine gültige partition dieser indizes quasi ermitteln sodass dann diese ausgabe eine aufsteigend sortierte folge ist so wie können wir das angehen naja also erstmal müssen uns überlegen das programm arbeitet jetzt nicht alleine sondern ich muss irgendwie das immer im kontext einer zulässigen eingabe betrachten in diesem fall halt eine folge eine endliche folge ganzer zahl ja und dann muss ich halt quasi die ausgabe oder die aussage liefern das programm arbeitet korrekt oder nicht korrekt das heißt unser praktikumschecker der muss zunächst mal das programm p für die eingabe w oder auf die eingabe b anwenden naja jetzt können wir uns die frage stellen um halt das ergebnis hier diese entscheidung treffen zu können wie viele eingabe müssen wir eigentlich testen reicht das mit einer eingabe reicht das mit zwei eingaben 25 100 ausprobieren ist nicht so richtig gut weil es gibt unendlich viele mögliche eingaben das heißt wir können auf jeden fall nicht alle eingaben ausprobieren und die frage ist wenn wir jetzt beispielsweise sagen naja wir nehmen jetzt mal eine eingabe her ja und für diese eingabe wie 1 nenne ich die mal arbeitet das programm korrekt können wir dann daraus schließen dass das programm wird auch für die eingabe wie 2 korrekt ist also diejenigen die im letzten semester da die algorithmen bei mir gehört habe ich gehe gleich auf eine frage im chat hochgepuppt gleich drauf ein die das im letzten semester bei mir gemacht haben die werden festgestellt haben naja so in aller allgemeinheit kann ich das nicht daraus schließen also sozusagen der beweis durch beispiel das wäre ja ich nehme eine eingabe und am ende ist dann sozusagen sage ich dann die aussage oder treffe die aussage naja dann wird es wohl richtig sein das kann ich in aller allgemeinheit so nicht sagen ja also spätestens ich mache dann ja immer meistens gebe ich ihnen so ein paar testfälle ja und dann wenn wir uns das ein bisschen genauer angucken in unserem review was wir da gemacht haben dann kriegen sie noch ein paar weitere beispiele wo ich mir vielleicht paar schwierige fälle überlegt habe ja das kann sein dass sie eine bestimmte anordnung haben die zahlen in der eingabe oder dass es besonders viele sind ja und es waren nicht wenige gruppen die dann vielleicht wo das programm dann auf den fehler gelaufen ist weil vielleicht nicht so viele werte verarbeitet werden konnten oder wo man eine bestimmte eingabe folge hatten die dann auch nicht so korrekt bearbeitet wurde also es ist in aller allgemeinheit können wir das so nicht sagen so jetzt muss ich mal gucken die frage da im chat war wäre das dann wieder induktion ja induktion ist ja das prinzip dass ich quasi eine anordnung der elemente habe über die ich quasi eine aussage treffen möchte ja und sozusagen eine regel habe wie ich von einem zum nächsten element kommen ja das macht man ja typischerweise wenn ich beispielsweise eine formel eine reihenformel oder summenformel für irgendwie natürliche zahlen habe da gilt das dann beispielsweise für n elemente dann mache ich den schluss für auch auf n plus 1 ja und kann dann in aller allgemeinheit sagen naja das ist sozusagen jetzt eine schlüssige formel dafür ist hier schwierig weil dafür müsste ich jetzt sozusagen mir schon überlegen ich habe ja hier ganz beliebige eingaben und ich kann jetzt nicht so ohne weiteres von dem einen auf das nächste schließen weil sozusagen von dem einen auf das nächste da gibt es unterschiedliche möglichkeiten wie ich vielleicht eine neue eingabe konstruieren kann bei den natürlichen zahlen ist das einfach da zähle ich immer einen drauf aber hier ist das schwierig also das heißt hier so eine induktion können wir hier nicht anwenden also ausprobieren ist kein lösungsansatz vereinfachen wir das problem also ein bisschen und zwar gucken uns einfach nur mal an ganz einfaches programmbeispiel hier eine einfache weil schleife solange x ungleich 1 ist ja rechnen wir x ist gleich x minus 2 und wenn die schreiber durchgelaufen ist dann halten wir das programm so was passiert ja wenn x ungerade ist ja und x eine positive zahl ist ja dann werden wir sicherlich irgendwann auch das ende erreichen keine ahnung immer was beispiel x ist irgendwie fünf ja dann gehen wir damit rein weil x gleich ungleich 1 du ist es gleich in das zwei das heißt im nächsten schritt wäre x gleich drei dann gehen wir oben wieder in die bedingungsprüfung rein dann ist das immer noch der fall 3 ist ungleich 1 dann können wir noch mal reduzieren da sind wir bei 1 dann gehen wir in die prüfung rein und stoppen was passiert wenn x gerade ist und wenn ich eine positive gerade zahl ist ja was passiert dann dann überspringen wir quasi diese abbruchbedingungen ja keine ahnung x gleich 6 steigen wir ein x ist gleich 1 mit um 2 reduziert in der schleife dann sind wir bei vier wiederholen das sind wir bei 2 da sind wir bei 0 dann sind wir bei minus 2 und über minus 4 und so weiter und so fort also wenn x gerade ist dann wird das ein programm sein was niemals endet zumindest wenn wir mit nahe eigentlich ganz egal mit welcher zahl wieder starten ob es eine positive zahl ist oder eine negative zahl ich vermeiden wir können natürlich jetzt sozusagen durch überprüfung dieser abbruchbedingungen relativ einfach feststellen ob dieses programm denn irgendwie anhält indem wir uns nämlich einfach anschauen ob die zahl mit der wir hier einsteigen ob das eine positive ungerade zahl ist ja dann können wir sicherlich sagen dass dieses programm anhalten wird also wir möchten jetzt gar nicht mal die frage klären ob das programm irgendwas richtiges berechnet sondern wir möchten einfach lediglich wissen ob dieses programm anhält ja und das habe ich eigentlich beschrieben sozusagen wieder ein entscheidungsprozess aussehen könnte testen einfach den eingangswert x ob das eine positive ungerade zahl ist ja dann werden wir sicherlich immer anhalten allen anderen fällen können wir die frage beantworten ob das programm anhält und zwar mit der antwort nein wie sieht es bei diesem programm aus was naja unwesentlich schwieriger ausschaut und zwar auch wieder eine wall schleife solange x ungleich eins ist ja und dann testen wir machen eine vollunterscheidung ob x denn eine gerade zahl ist oder eine ungerade zahl ist und zwar wenigste gerade zahl ist ja dann können wir x durch zwei teil das tun wir dann hier in zeile drei und wenn ich es ungerade ist ja dann unterziehen wir das hier so eine arithmetische berechnung wir multiplizieren mit drei und rechnen noch einen drauf ja und das ist ein ganz interessantes ganz interessante routine denn hier ist nicht klar was genau passiert ja es ist einem ein seit langem in der mathematik offene frage das ist das sogenannte kollatz problem ja ob man denn irgendwie eine zahlenfolge findet die zu einer in die periodizität führt das heißt dass ich dann irgendwie eine zahlfolge die sich ergibt also wenn ich mir zwischendurch den wert von x immer mal anschaue ja also es ist keine zahlenfolge oder kein startwert bekannt so dass dann eine sich wiederholende zahlenfolge ergibt und es ist aber auch keine eingabe bekannt so dass dieser algorithmus nicht terminiert ja aber nichtsdestotrotz dadurch dass wir diese zahlen vielleicht noch nicht gefunden haben können wir jetzt auch nicht einfach sagen naja dass das programm volt immer terminiert ja und sie kennen das selbst aus ihren programmier anfängen und auch jetzt passiert das vielleicht immer noch mal wieder dass sie eine endlos schleife produzieren das ist sicherlich jedem von ihnen schon mal passiert mir ist das auch schon passiert ist nichts ungewöhnliches das wäre natürlich toll wenn wir lediglich diese aufgabe bewerkstelligen könnten also wir einfach nur testen könnten ob denn ein programm überhaupt anhält ja versuchen das mal zu überlegen wir nehmen wieder dieses gedankenexperiment an des praktikums checker also wer soll jetzt einfach nur ausprobieren und soll mir einfach nur die die frage beantworten ob ein programm p bei einer gegebenen eingabe wie anhält oder nicht abwarten ist keine lösung denn wir wissen ja nicht ob das programm überhaupt anhält ja wenn man dieses beispiel von eben dann nehmen das kann sein dass das programm anhält es kann aber auch sein dass es nicht anhält und wann soll ich quasi die entscheidung treffen naja ich sag mal ich warte jetzt mal zehn minuten soll ich dann sagen naja das programm das hält wohl niemals an das heißt ich gehe noch mal hier zu dem bildchen über also sozusagen das halte problem als vereinfachung da hält dieses hält das problem bei eingabe wie an habe ich gerade gesagt ja wenn das programm anhält und nein wenn das programm nicht anhält wie gesagt abwarten ist keine wirkliche lösung sagen naja wir warten mal jetzt zehn minuten und liefern dann die antwort naja das programm wird wohl nicht mehr anhalten es könnte ja zwei sekunden später angehalten haben wenn wir sozusagen vorzeitig dieses abwarten abgebrochen haben aber wenn es nicht nach zwei sekunden später ist vielleicht zwei minuten später oder fünf minuten später also wir können nicht einfach sagen wenn man eine bestimmte zeit abgewartet haben mit sicherheit das ergebnis ausgeben das programm hält wohl niemals an und das problem was ich hier sozusagen auftut ist das sogenannte halt problem entscheidet also dieser praktikumschecker das halte problem das halte problem ist die frage ob ein programm war einer eingabe wie anhält oder eben nicht und da muss man überlegen ob wir sowas denn wohl nicht gleich doch konstruieren kann nehmen wir an irgendein schlauer kopf hat das folgende programm geschrieben hier ist in seiner pseudonotation immer anders programm halt gibt es das heißt das programm halt das bekommt ein programm text in welcher form der auch immer vorliegt ja beispielsweise als kodierte touring maschine oder als irgendwie maschinen code oder als eine ein programm code in einer programmiersprache der dann sozusagen übersetzt und ausgeführt oder interpretiert werden kann und die funktion halt bekommt die eingabe w was auch immer das ist beispielsweise in der zahlenfolge und das ergebnis ist halt ein burscher wert nämlich ein ja oder nein oder schuhe oder falls auch immer da wir das nennen wollen und zwar liefert die funktion halt gerade ein ja wenn das programm p angewandt auf w anhält oder nicht und es liefert nein sonst so jetzt schreiben wir ein weiteres programm also wir nehmen an dieses programm gibt es also sagen das ist dass der entscheider oder das entscheidungs programm für dieses halteproblem jetzt schreibe weiteres programm und da sieht man jetzt wie folgt aus einmal kurz reingucken das sind noch mal trick das bekommt auch eine eingabe und liefert eine ausgabe es hat eine variable p irgendwie eine text oder string dann verwendet es diese routine halt die war gerade quasi uns angeschaut haben wie wird alt als hilfsprogramm angenommen oder verwendet ja und dann das eigentliche der eigentliche programm code zwischen zeile 5 und zeile 9 gelesen den text ein und dann führen wir im prinzip eine einfache schleife aus interpretieren diesen text als programm code das machen wir hier indem man nämlich halt aufrufen und wenden sozusagen den programm code selbst auch als eingabe das klingt jetzt ein bisschen abstrus aber wir gucken uns gleich an dass man das durchaus machen kann ja also wenn wir das gemacht haben also wir lesen hier müssen uns vorstellen gleich ein stückchen programm text ein beispielsweise eine kodierte toren maschine das liegt ja als in form von einem einer gültige kodierung vorhören wort würde zahl je nachdem wie was halt kodiert haben und dann wenden wir die routine halt quasi zweimal auf dieses p an einmal steckt hier quasi der zu interpretierende oder auszuführende code trainer und dann auch stecken wir gleichzeitig den programm code als eingabe für dieses programm da rein so und solange unsere routine die entscheidete das heißt das ist eine rutsche funktion die liefert ja oder nein oder trug erfolgt solange das tool liefert für mal im prinzip hier eine schleife aus und schreiben einfach ich mache noch weiter also nichts tiefsinniges sondern einfach eine schleife programmieren und wenn die schleife beendet ist dann schreiben wir noch ich höre jetzt auf und stoppen gucken wir zunächst mal an macht das überhaupt sind dieses gedankenexperiment ja können wir denn im prinzip hier einfach programm code einlesen und das dann auch wieder letztendlich verwenden und dann sozusagen die eigene eigene eingabe verarbeiten was im ausprobieren können wenn sie einfach das hängt jetzt so ein bisschen vom betriebssystem ab dass sie verwenden ich kann mal versuchen das zu teilen da muss ich aber hier einmal ganz kurz die eingabe stoppen und ich mache mal ein neues fenster auf das sind text editor nutze auf mac zu bleiben und jetzt versuche ich mal eine datei zu öffnen und zwar öffne ich jetzt das können sie sehen ich gehe hier in meine programme ein und ich nehme jetzt mal den sublime code oder das ausführbare programm von sublime das ist mein text editor mit dem ich arbeite nicht mal ja also der beschwert sich nicht das wiederum hängt jetzt so ein bisschen vom betriebssystem ab ob das das zulässt und das programm dann entsprechend auch geöffnet werden kann jetzt kann ich da im prinzip reingehen und mir alles mögliche angucken da steht dann irgendwie sowas drinnen das kann ich jetzt als menschen wie schwerlich interpretieren ja aber mein rechner der kann das da kann da irgendwas mit anfangen mit den ganzen informationen die jetzt hier quasi in diesem ausführbaren programm da stecken noch etliche informationen drin hier so als hex code das haut wohl hin also grundsätzlich zu sagen naja ich wende jetzt mal programm auf sich selbst an ja das ist ja das was vergleichbar dem aufruf von halt mit zweimal dem parametra p machen wollen das grundsätzlich ist das jetzt nichts verboten ist da habe ich hier gemacht ich wende den sublime auf den auf das zu bleiben öffnen einfach die datei und kann da irgendwas mit machen ok das heißt das ist also nichts grundsätzlich verboten ist immer weiter genau da muss ich noch einmal die animation einwenden das heißt das programm selbst ist auch nur ein text haben wir gerade gesehen das habe ich gerade demonstriert ja das heißt wir können jetzt sozusagen hier diesen programm text einfach auch erstmal nur als text verwendet das heißt jetzt gucken wir uns mal die nächste zeile an hier wenden wir jetzt p auf sich selbst an das habe ich ihnen gerade demonstriert mit diesem aufruf von dem text editor sublime auf sich selbst das heißt das ist erstmal nichts verboten ist so jetzt stelle ich mal das folgende gedankenexperiment an was passiert wenn ich jetzt dieses programm trick was wir hier formuliert haben das acht zeilen programm oder neunmanns glaube ich eben noch einen kommentar drin also wenn ich dieses acht zeilen programm auf sich selbst quasi anwende genauso wie wie ich es gerade demonstriert habe mit dem zu bleiben und jetzt können uns die frage stellen hält trick gestartet mit der eingabe trick an also dieses programm wenn ich das jetzt als ausführbares programm betrachte ja wenn ich dem quasi die eingabe diesen diesen programm text gebe hält dieses programm und andere nicht ja es ist eine frage wo wir quasi nach der entscheidung fragen hält es an und hält es nicht an das heißt es gibt zwei antwort möglichkeiten die eine antwort möglichkeit wäre ja das heißt das programm trick gestartet mit der eingabe trick hält an was passiert dann gehen wir einfach mal durch wenn es anhält dann erreicht trick gestartet mit diesem programm trick die zeile 7 und gibt die ausgabe aus ich höre jetzt auf ja wenn das der fall war dann wurde die weiß schleife in zeile 6 nicht durchlaufen ja dann die weiß schleife in zahl 6 ja das ist ja eine endlos schleife ja dann ändern wir ja nicht sozusagen an den dingen die hier in der bedingung stecken das heißt da sind wir gar nicht eingestiegen wenn wir dabei gar nicht eingestiegen sind dann gibt die abbruch bedingung halt trick kommand trick nein zurück halt trick kommand trick war aber sozusagen unsere funktion die ja gerade diese frage nach dem anhalten entscheidet das heißt die liefert eigentlich ja wenn trick gestartet mit trick anhält das heißt wenn man die abbruchbedingungen wenn ihn ein liefert dann heißt das aber das trick gestartet mit trick nicht anhält das heißt wir haben einen widerspruch zu dem ausgangspunkt unserer überlegung das war nämlich gesagt haben naja die frage hält trick gestartet mit der eingabe trick an wir hatten gesagt naja was passiert denn wenn das wenn wir diese frage mit ja beantworten ja wir haben wieder schon widerspruch produziert das heißt diese annahme muss wohl falsch sein das heißt wir gucken uns jetzt mal angesichts aus wenn das nicht der fall ist also was sieht aus wie sieht das aus wenn man den einfall durchgehen so dann bleibt trick gestartet mit trick in zeile 6 das heißt wir sind hier in dieser while schleife und dieser endlos schleife und gibt halt permanent ich mache weiter aus mit jedem schleifen durchlaufen wird halt eine textausgabe ich mache weiter produziert das heißt wir durchlaufen die weil schleife in zeile 6 eine andere möglichkeit dass dieses programm in der endlos schleife gibt es nicht das ist sozusagen die einzige möglichkeit wo das der fall sein kann das heißt wir durchlaufen diese endlos schleife in zeile 6 das heißt die abbruchbedingungen alt vom trick trick muss ja zurückgeben sonst würden wir die schleife nicht durchlaufen jetzt haben wir sozusagen genau das gleiche wie eben nur in dem umgekehrten sachverhalt das bedeutet aber dass trick gestartet mit trick hält ja das war wiederum im widerspruch zu unserer annahme dass das gar nicht der fall ist ja das heißt naja nein ist auch nicht richtig auch da produzieren wir widerspruch das heißt was wir jetzt haben im ergebnis die frage hält trick gestartet mit der eingabe trick an ja führt auf den widerspruch das nein führt genauso auf den widerspruch ja und dabei ansonsten sage ich mal vernünftig argumentiert haben bleibt eigentlich nur übrig dass unsere annahme falsch war mit der war eigentlich in diese ganzen überlegungen eingestiegen sind und die annahme war dass es diese routine halt von p, w gibt das heißt das ist ja der der grundgedanke eines widerspruchsbeweises immer jetzt geführt haben wir gehen von einer annahme aus die andere war die funktion halt diese ominöse funktion gibt es ja und alle überlegungen die waren gestellt haben führen auf den widerspruch ja und das heißt gerade naja dann war unsere annahme wohl falsch und das ist dieses programm halt gerade nicht gibt und damit können wir eigentlich sagen das halteproblem ist nicht entscheidbar das heißt man kann im allgemeinen endlos schleifen nicht im voraus erkennen das heißt im voraus meint ich kann durch analyse des programmes nicht in aller allgemeinheit erkennen ob dieses programm denn für jede mögliche eingabe anhält das betrifft insbesondere den fall oder eigentlich nur den fall naja eigentlich nicht nur den fall sondern insbesondere durch den fall wo wenn ich unendlich viele eingaben habe auch für den fall endliche eingaben ist es schwierig weil ich ja wie gesagt nicht testen kann ob es jetzt bei einer speziellen eingabe mit sicherheit sagen kann ob es anhält oder nicht was heißt das für uns das erste ergebnis ist erstmal naja diesen praktikums checker kann und wird es nicht geben ist schade wird gerade so die ausbildung in der programmier grundlagen deutlich vereinfachen wenn wir irgendwie so ein automatisches prüfprogramm hätten es kommt aber leider noch schlimmer also ist nicht nur das halteproblem nicht entscheidbar man kann ganz viele weitere aussagen über computerprogramme auch nicht entscheiden das ist der sogenannte satz von weiß also beispielsweise ob ein programm irgendwann eine bestimmte ausgabe macht ob alle ausgaben eine bestimmte länge haben ob m eine totale funktion berechnet oder 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 es gibt eine ganze reihe von aussagen über turing maschinen beziehungsweise besser die sprachen von turing maschinen die man einfach nicht entscheiden kann also wo man nicht sagen kann ob das in allen möglichen fällen erfüllt ist oder nicht so jetzt überlegen wir mal was bedeutet das denn für ihr späteres leben also welches welche auswirkung an dieses ergebnis direkt auf ihre arbeit als zukünftige software entwickler und entwicklerinnen das heißt naja es gibt in aller allgemeinheit kein programm was quasi die in einen qualitätscheck macht insbesondere korrektheitscheck macht ja qualität kann man schon in gewissen dingen überprüfen ja was ich sicherlich überprüfen kann beispielsweise ob ich irgendwie vernünftige variablen bezeichner verwende ob ich irgendwie ich sag mal den programm text vernünftig eingerückt habe oder 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 also formale geschichten die kann ich schon prüfen aber in dem sinne dass ich sage dass das programm auch immer korrekt durchgeführt wird oder durchläuft das kann ich halt nicht in aller allgemeinheit voraussagen das heißt das hängt später von ihnen das heißt die qualität der entwickelten software und damit meine ich jetzt quasi die korrektheit der entwickelten software hängt von ihnen als entwickler und entwicklerinnen ab ja und das ist natürlich insbesondere wo sage ich mal rechner ich habe jetzt einfach mal so ein paar anwendungsszenarien wo man sich vielleicht hineinversetzen kann mal dargestellt wenn ich passagier eines flugzeuges bin oder ich bin insasser eines zuges einer einer space shuttle oder eines autos was vielleicht auch zunehmend von informatik durchtrieben ist und irgendwie selbstständig die spur hält und fährt dann mache ich mir schon gedanken ob diese software die denn dann läuft auch korrekt ist ok das war sozusagen in kurzform und auch er in ja ohne formalismus im prinzip jetzt das problem mit dem wir uns jetzt eigentlich beschäftigen wollen nämlich das halteproblem haben wir jetzt irgendwie eher so naja wenn ich wirklich informell wir haben eigentlich schon auch formell naja sind schon noch ein paar offene dinge mich immer programm beschreiben kann aber eigentliche gedankengang den haben wir hier jetzt im prinzip sind wir einmal durchlaufen das halt dieses halteproblem nicht entscheidbar ist ja und da würde ich jetzt ganz gerne weitermachen da muss ich jetzt einmal wechseln hier das medium weil ich das jetzt sozusagen offen offen mit weitermachen doch nicht einmal ganz kurz hier die aufzeichen und das bildschirm teil genau gibt es dazu vielleicht erst mal fragen so das klappt das sieht doch so also das war quasi das halte problem jetzt wollen wir uns überlegen das waren auch weitere probleme ebenfalls nicht entscheiden können wir können jetzt für alle möglichen probleme sozusagen ähnlich gedankengen anstellen aber ich möchte ganz gerne auch sozusagen eine methodik vorführen die häufig verwendet wird und das ist das prinzip der reduktion das mache ich jetzt bewusst hier aber das nicht so ganz einfach ist und darum schreibe ich das und dann bin ich auch insgesamt ein bisschen langsamer also wenn ich das jetzt aber nur so im skript darstelle ok und die überlegung ist dass wenn ich zwei probleme habe u1 und 2 dass ich sozusagen den schwierigkeitsgrad dieser probleme irgendwie bewerten möchte und insbesondere diese beiden probleme in zusammenhängen möchte und was auch machen wollen ist die folgende überlegung dass wir sagen dass das eine problem leichter oder zumindest nicht schwerer ist als ein zweites problem ja das heißt wenn wir sowas schreiben dann sagen wir 1 reduzieren war auf u2 und meinen damit dass u1 leichter das ist leichter oder zumindest nicht schwerer ist das heißt maximal gleich schwer und wir sagen dann wenn wir das irgendwie machen dass wir u1 auf u2 reduzieren was bedeutet das wenn wir das hier im prinzip hinschreiben was bedeutet das dann heißt das das folgende dass entweder gilt jetzt mit blick sozusagen auf eine algorithmische lösbarkeit also was wir gerade demonstriert haben ist dass es offensichtlich probleme gibt die algorithmisch nicht lösbar sind das haben wir gerade gesehen was wir können nicht mit hilfe eines einer maschine oder eines algorithmus feststellen ob ein programm denn anhalten wird oder nicht in einigen speziellen fällen mag das gleich gehen aber es geht halt nicht in aller allgemeinheit und wenn gilt dass u1 auf 2 auf u2 reduziert werden kann ja dann sind u1 und u2 entweder beide lösbar ich schreibe das mal hier so hin algorithmisch lösbar der fall der auch eintreten kann ist dass u1 lösbar ich schreibe es jetzt mal in ganz kurzform in lösbar u2 nicht lösbar das kann auch sein ja das schließt das hier nicht aus denn er sagt ja u1 ist leichter oder zumindest nicht schwerer ja und wenn das nicht lösbar ist dann könnte das aber lösbar sein was auch der fall sein kann ist das u1 u2 beide unlösbar was nicht möglich ist ja das geht nicht also wenn u1 auf u2 reduzierbar ist ja dann kann es nicht sein dass u2 lösbar ist und u1 nicht wenn man sich jetzt überlegt dass man mehrere probleme hat und die in so eine anordnung bringen kann und sagt u1 ist reduzierbar auf u2 wiederum reduzierbar auf u3 und das auf irgendwie uk wenn wir jetzt irgendwie zeigen können dass u1 nicht lösbar ist was können wir dann für eine aussage treffen für die übrigen probleme wenn u1 nicht lösbar was gilt dann bezüglich lösbarkeit für u2 bis uk das ist jetzt eine frage an sie können sie mal ganz kurz drüber überlegen herr gilians schreibt dann sind alle anderen auch nicht lösbar ganz wunderbar sehr gut wenn u1 leichter ist als alle übrigen dann kann in dem fall dass u1 nicht lösbar ist können die anderen auch nicht lösbar sein und das ist etwas was jetzt sozusagen in dem kapitel acht auch passiert da sind noch einige probleme aufgeführt neben diesem halte problem wo wir halt auch in darstellen dass das entsprechend nicht entscheidbar oder nicht lösbar ist dann gibt es weitere probleme die wir auf genau diese art sozusagen wo wir den nachweis herstellen dass die dann auch nicht lösbar sind ja indem man nämlich genau so eine reduktion herstellen und das müssen uns jetzt überlegen wie das funktioniert also wie stellen wir so eine beziehung her das war genau so eine aussage treffen können dafür verwenden wir genau diese reduktion und zwar mache ich das zunächst mal an einem einfachen beispiel wir werden das jetzt einmal sozusagen direkt und indirekt verwenden und ich zeige das zunächst mal direkt was dieses prinzip der reduktion meint und das mache ich einem beispiel von einer ganz einfachen aufgabe und zwar betrachten mal den fall eines gleichseitigen dreieckes und nehmen wir mal irgendwie die seiten nehmen nehmen und wir gerne machen möchten die frage die wir stellen als problem was wir formulieren nicht mal u unten fl wir möchten gerne den flächen inhalt des dreiecks bestimmen ja wie machen wir das wir reduzieren im prinzip das problem oder ich will ja jetzt das prinzip dieser reduktion darstellen wir reduzieren dieses problem ufl auf nennen das mal die delta delta was ist das das ist quasi ein anderes problem was wir haben und da sei denn mal das problem das sei das problem das war eine kantenlänge im rechtwinklingen dreieck im rechtwinklingen dreieck das sieht irgendwie so aus das kennen sie ist der satz von pythagoras rechter winkel hypotenuse c kanten a und b und da gilt der zusammenhang nach dem satz von pythagoras dass das quadrat der hypotenuse gerade die summe der katheten quadrate ist so wie kriegen wir das mit der fläche hin was ist die fläche eines dreieckes fläche eines dreiecks da brauchen wir die höhe für das heißt generell welcher dreieck wie das aus wenn ich allgemein das dreieck habe soll man dreieck sein wir haben irgendwie dreieck punkte a b c kanten a b c wir brauchen im prinzip die höhe des dreiecks das kann ich jetzt sozusagen mit jeder höhe machen auf jeder kante und dann gilt für die höhe dass die jahre der typischerweise auch mit wenn ich mal jetzt in die groß f das ist die fläche das ist 1,5 c mal h c wenn das hier die höhe auf der kante c ist ja das ist generell im dreieck so und was ist jetzt im prinzip die idee bei dieser reduktion das mache ich immer ganz gerne so als bildchen auf wir haben gegeben dieses dreieck mit kanten länge m das heißt das ist sozusagen der parameter den war zur verfügung haben den stecken wir hier rein das ist quasi unsere eingabe was wir jetzt machen müssen wir müssen jetzt im prinzip ein bisschen konstruieren machen wir so hier und kästchen hin und wir müssen jetzt im prinzip die eingabe die wir haben so transformieren ja das ist ja quasi die eingabe für dieses problem ufl also wir bauen jetzt im prinzip ein solver oder eine lösung für das problem ufl also machen wir müssen jetzt im prinzip diese eingabe so transformieren dass wir dann eine lösung von diesem problem nutzen können und was müssen wir machen schreibe ich jetzt mal allgemein hin mal ein bisschen zu klein transformation wir müssen die eingabe so umformen das war später dann ein solver für gut delta aufrufen können das tun wir dann wenn wir das ergebnis haben dann müssen wir gegebenenfalls noch mal zurück transformieren um dann sozusagen daraus die lösung für ufl und das war das kriege ich jetzt kaum noch unter da kriegen wir den flächen daraus ja das ist das ist im prinzip die idee dieser reduktion wir sagen wir nehmen die eingabe unseres ursprünglichen problemes transformieren das wenden dann sozusagen das zweite problem oder den solver für das zweite problem an müssen eventuell noch mal in die rück transformation machen um es dann in der richtigen form ausgeben zu können ja und hier verwenden war im prinzip hier unten dieses u delta das wird quasi als wie so eine unter routine verwendet ja wie sieht das jetzt in dem konkreten fall aus des dreiecks da soll jetzt ein gleichseitiges dreieck sein wenn wir hier die höhe ziehen dann machen wir das m da unten mal weg und sagen naja dann war hier m halbe und hier ist noch mal m halbe ja und dann haben wir natürlich hier rechtwinkliges dreieck dieser stelle das ist ein rechtwinkliges dreieck das heißt da können wir jetzt unseren solver für dieses u delta anwenden ja was aber jetzt mal ich das quasi noch mal hin das schema was wir da eben hatten wir stecken hier das m rein und wir wenden jetzt sozusagen eine transformation transformation an also einmal sozusagen der algorithmus a den ersten immer anwenden und da sagen wir naja die hypotenuse ist das c und das ist quasi die seitenlänge m das ist diese seite hier und dann gucken uns diese größe an das a das ist im halbe bestimmen wollen wir diese seite hier das heißt aus dem gehen wir jetzt in den Algorithmus b delta ja der ist für das problem u delta die lösungsroutine ja da wenden wir einfach im prinzip den satz von pythagoras an und sagen b ist gerade wurzel c quadrat minus a hier geht a rein hier geht c rein hier geht das m rein ja und dann können wir sozusagen diese rücktransformation machen oder anpassung der ausgabe das ist quasi ein dritter schritt und da können wir jetzt sagen naja das h für unsere flächenberechnung ist diese seite hier und dann ist die fläche gerade groß f ist gerade ein halb h mal m und das ist sozusagen die idee wie kriegen wir jetzt die fläche raus das ist die idee dieser reduktion klingt jetzt erstmal viel gewaltiger als es vielleicht ist ja weil es ja letztendlich sowas nur ist wie so ein unterprogramm jetzt zumindest bei bei diesem ansatz her dass wir sagen naja wir verwenden für die lösung dieses problemes des berechnung des flächeninhaltes einfach hier sozusagen diesen algorithmus müssen gegebenenfalls ein bisschen anpassen dran schreiben was dahin geht da geht das b 1 das m geben wir hier sozusagen auch noch mal rein das brauchen wir ja hier auch noch mal dass das m hier für die berechnung geht auch das ja noch mal auf und das meint aber im prinzip gerade die produktion was ganz wichtig dabei ist dass das was war hier machen und hier machen das müssen natürlich sage ich mal ja im sinne unseres touring maschinen sprachgebrauch ist wenn wir gleich sehen wie wir das jetzt verwenden werden müssen das natürlich dinge sein die wir auch konkret durchführen können also die irgendwie berechenbar sind das heißt das dürfen jetzt nicht irgendwie algorithmen sein die wir hier anschmeißen die wir hier schmeißen die nicht lösbar sind die beispielsweise nicht anhalten sondern die müssen effektiv berechenbar sein diese transformation genau jetzt wollen wir das sozusagen diesen gedankengang übertragen auf die frage auf andere probleme also noch mal also das haben wir jetzt sozusagen ich sag mal konstruktiv verwendet direkt verwendet ja wir reduzieren ein problem auf ein anderes problem und lösen dadurch dieses in diesem fall war es dieses problem und fl jetzt wollen wir das aber quasi indirekt anwenden und zwar den fall betrachten dass ein problem nicht lösbar ist ja und jetzt genau in dem sinne verwenden wie ich das hier eben gemacht habe bei dieser überlegung dass man nämlich sagen wenn wir hier ein problem haben was wir als nicht lösbar identifiziert haben dass man dann die weiteren probleme so hier in diese beziehung dieser reduktion setzen sodass wir daraus schließen können dass dann diese probleme auch nicht lösbar sind ja also das ist quasi die indirekte form wir nehmen dann an dass es beispielsweise hier einen solchen solver gibt dass wir dieses problem lösen können und werden dann herstellen naja wenn es das denn dann gäbe dann wäre das aber auch entscheidbar ja und das haben wir vorher schon als nicht entscheidbar herausgestellt ja also war sozusagen die annahme dass es das hier entscheidbar ist falsch das heißt das ist sozusagen die indirekte verwendung das wollen wir uns jetzt auch noch mal einmal angucken neuen blättchen und zwar gucken uns dazu an wir formulieren das jetzt quasi als zwei sprachen wenn l1 und l2 sprachen sind aber wir können auch wieder sagen probleme wir machen es diese diese probleme werden wir immer formulieren als entscheidungsprobleme übersprachen und wir sagen da dass l1 auf l2 reduzieren dann wir können uns Wenn es eine berechenbare Funktion f von n auf n gibt mit der folgenden Eigenschaft. Für alle n aus n gilt, dass wenn n aus l1 ist, das ist genau dann der Fall, wenn f von n aus l2 ist. So, da müssten jetzt bei Ihnen ganz viele Fragezeichen auftreten. Und zwar die erste Frage ist, naja, was meint das eigentlich hier unten? Und warum machen wir das Ganze eigentlich über ganzen Zahlen? Ja, zunächst mal, das ist genau, das beschreibt jetzt formal genau diesen Sachverhalt, den ich hier, oder ich mache es mal hier auf dieser Folie, den ich hier gemacht habe. Dass ich sozusagen die Eingabe für dieses Problem reduziere auf eine Eingabe für dieses Problem. Das meint genau diese berechenbare Funktion. Das heißt, wenn sozusagen die eine Eingabe oder das eine Wort in der einen Sprache ist, dann gilt das auch für das transformierte Wort. Warum machen wir das über n? Ja, wir können das jetzt auch über irgendwie Alphabeten machen und mit Turing-Maschinen arbeiten. Aber hier hilft uns auch jetzt wieder sozusagen diese Gödelisierung. Ja, Kraft dieser Gödelisierung heißt ja nur, wir kodieren alle unsere Dinge, die wir da haben, die Maschinen, die wir haben. Ja, einmal durch dieses Gödelwort, dieses Gödelwort besteht aus einem, ja, aus maximal sechs verschiedenen Zeichen. Oder wir hatten auch irgendwo die Überlegung angestellt, naja, dass wenn wir diese sechs Zeichen abbilden auf Ziffern der natürlichen Zahlen, Ziffern 1 bis 6, dann können wir im Prinzip jede Maschine und dann auch jede Eingabe mithilfe dieser Gödelisierung kodieren, so dass wir letztendlich nur noch natürliche Zahlen betrachten müssen. Ja, und darum reicht es aus, an dieser Stelle hier auf den ganzen Zahlen zu achten. Und das Schema, das sieht jetzt im Prinzip genauso aus, wie wir das eben hatten. Auch das male ich nochmal irgendwie auf. Wir wollen im Prinzip eine, ich schreibe das mal hin, als ein... Entscheidungsalgorithmus für L1. Da kommt jetzt eine Eingabe für L1 ein. Hier führen wir eine Transformation aus. Hier wandeln wir die Eingabe um. Und zwar die Eingabe für das Problem L1 oder für die Sprache L1, wandeln wir um in die Eingabe für L2. Hier haben wir den Entscheider, machen wir es mal gendergerecht. Hier haben wir jetzt nicht einen Entscheider, hier haben wir eine Entscheiderin für L2. Da stecken wir eine Eingabe rein. Entscheiden heißt immer, wir liefern Nein oder Ja oder Ja oder Nein. Das Ganze hier ist unsere berechenbare Funktion. Ja, also dieser Transformation von dem einen in eine andere Eingabe, das muss halt auch wirklich brechenbar sein. Ja, und so wird quasi aus dem Entscheider für L2 oder der Entscheiderin für L2 wird quasi eine Entscheidungsalgorithmus oder ein Entscheider für das Problem L1. Das ist sozusagen der Gedanken, den wir uns anstellen wollen. So, wenn wir das tun, müssen wir uns im Prinzip noch formal überlegen, was passiert denn? Was passiert im Falle L1 wird reduziert auf L2 und L1 ist nicht lösbar? Das haben wir eben schon sozusagen so intuitiv gesagt, naja, dann kann eigentlich auch L2 nicht lösbar sein. Aber das wollen wir halt jetzt uns einfach formal auch nochmal überlegen, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Ja, das haben wir ja eben sozusagen eher so umgangssprachlich gelöst, dadurch, dass wir gesagt haben, naja, wenn L1 leichter ist als L2 und L1 dann nicht lösbar ist, dann kann auch L2 nicht lösbar sein. Aber dass das tatsächlich der Fall ist, das müssten wir uns jetzt eigentlich nochmal überlegen und das tun wir jetzt. Also, das macht man auch, wie so häufig jetzt hier an diesen Stellen, wir nehmen an. L2 wäre entscheidbar oder lösbar. Ja, ja, was heißt das? Dann gibt es eine Turing-Maschine M2. L2, die L2 entscheidet. Wegen L1 reduziert auf L2, gibt es diese berechenbare Funktion? Mit, ich mache das aber ganz gerne, ich schreibe mir einfach erstmal hin, was denn alles so gilt. Mit F, mit N aus L1, genau dann, wenn F von N aus L2. Wenn F eine berechenbare Funktion ist, dann gibt es auch eine Maschine, dann existiert also eine Turing-Maschine M und F, die F berechnet. So, was machen wir jetzt? Jetzt konstruieren wir eine Maschine, indem wir nämlich diese beiden Maschinen, die wir jetzt hier haben, hintereinander schalten. Wir konstruieren eine neue Maschine. Und zwar sagen wir, wir führen erst die Maschine MF aus und dann führen wir die Maschine M2 aus. So, was passiert dann, wenn wir das machen? Was macht diese Maschine? M1 M1 hält bei Eingabe N, also und zwar dieses N hier, wir nehmen uns jetzt ein N hier, also irgendein Wort. Hält bei Eingabe N mit, mit Ja. Ja, was muss gelten? Naja, die hält mit Ja, was passiert? Wenn wir eine Eingabe N reinstecken, dann wird das eingeführt, überführt in der Eingabe für M2. Ja, und wenn M2 ein Ja liefert, wenn also, falls, Entschuldigung, falls F von N in M2. Ja, und das ist aber genau dann der Fall, wenn N aus L1 ist. Ja, das ist aber im Prinzip genau dann der Fall, wenn N aus L1 ist. So, was passiert in dem Fall? Hält bei Eingabe N mit einem Nein, falls F von N gerade kein Element von L2, muss das natürlich heißen. Das wiederum ist genau dann der Fall, wenn N eben kein Element aus L1 ist. Das heißt, was haben wir konstruiert durch diese Maschine? Wir haben konstruiert, ein Entscheidungsalgorithmus für die Sprache L1. Ja, M1 hält bei Eingabe N mit Ja, genau dann, wenn N aus L1. Und M1 hält bei Eingabe N mit Nein, genau dann, wenn N kein Element aus L1. Ja, das heißt, M1 hatten wir ja definiert als die hintereinander Ausführung von MF, M2. Entscheide offenbar L1. Ja, und das ist aber ein Widerspruch. Da N1 nicht entscheidbar. Genau, so, das heißt, Annahme war falsch. Daraus folgt, dass auch L2 nicht entscheidbar ist. Genau, also, was haben wir jetzt erreicht? Wir haben jetzt quasi aus der Nichtentscheidbarkeit, wir haben aus der Nichtentscheidbarkeit oder Nichtlösbarkeit eines Problems hier, L1, die Nichtentscheidbarkeit eines zweiten Problems hergeleitet. Ja, durch genau diese Reduktion, die wir hier durchgeführt haben, indem wir nämlich L1 auf L2 reduziert haben. Und uns dann überlegt haben, naja, wenn L1 nicht entscheidbar ist, dann kann auch L2 nicht entscheidbar sein. Und das ist jetzt sozusagen genau die Schlusskette, die jetzt hier im Bereich der Berechenbarkeit der Informatik durchgeführt wird. Wir haben im Prinzip das Halteproblem. Das gibt es in verschiedenen Formen. Was wir im Prinzip gemacht haben, ist, das, wie habe ich das genannt, im Skript heißt das, glaube ich, H und ein H. Das ist quasi die Menge aller Turing-Maschinen. Wieder mal überlegen, wie ich das da formuliert habe. Das ist sozusagen das sogenannte Spezielle Halteproblem. Das spezielle Halteproblem ist die Frage, hält eine Turing-Maschine bei Eingabe ihres eigenen Gürtelwortes? Das haben wir eben im Prinzip eher so informell, ganz am Anfang habe ich das gezeigt. Das kann ich auf verschiedene Arten auch formal nachweisen. Das ist im Skript enthalten. Da gehe ich jetzt nicht noch mal drauf ein. Das gucken Sie vielleicht einfach noch mal durch. Das ist sozusagen der erste Beweis, dass im Prinzip ein Problem nicht entscheidbar ist. Da sozusagen dann formal formuliert. Dann gibt es aber weitere Halteprobleme. Und zwar, das ist natürlich gar nicht so spannend hier, weil wir möchten uns natürlich eigentlich interessieren, weil wir uns ja für das sogenannte allgemeine Halteproblem. Das ist nämlich die Frage, ich habe das mal so formuliert, H und I, manche hätte ich es geschrieben. Ich gebe im Prinzip ein Tupel da rein als Eingabe, und zwar eine Turing-Maschine und eine beliebige Eingabe, Turing-Maschine M. Hält bei Eingabe I. Ja, das ist quasi das allgemeine Halteproblem. Also die Frage, ich habe eine Turing-Maschine oder ein Programm gegeben, habe eine beliebige Eingabe und hält dieses Programm bei Eingabe I an oder nicht. Ja, und auch das wird sich als nicht erscheinbar herausstellen und die Vorgehensweise ist genau über so eine Reduktion. Ja, das ist technisch ein bisschen schwierig. Wir machen da sozusagen, es gibt da noch ein weiteres Halteproblem. Das ist das Null-Halteproblem. Das ist das hier, die Menge aller Turing-Maschinen. Und zwar hält die Turing-Maschine M. Hält bei Eingabe der Null. Und die Reduktion, die dann durchgeführt wird, ist die folgende. Und wir zeigen zunächst, dass wir das allgemeine Halteproblem auf H0 reduzieren und H0 dann auf HI reduzieren. Genau. Das sind sozusagen zwei Schritte. Da sind im Skript zwei Beweise, wo genau das durchgeführt wird. Und das ist etwas, das wird jetzt heute zu viel. Das schaffe ich nicht mehr in den 15 Minuten. Gucken Sie sich das vielleicht mal an. Ich mache das vielleicht morgen noch mal. Wenn wir morgen noch mal eine Veranstaltung, da kann ich das vielleicht noch mal vorführen. Das wird auch eine Aufgabe sein, auf dem neuen Aufgabenblatt. Das haben Sie vielleicht schon gesehen. Da ist auch genau nach einer Sprache gefragt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich gleich mal reingucken. Auch da sollen Sie die Nichtentscheidbarkeit einer Sprache zeigen. Mal gucken. Genau. Das ist sozusagen das State-Entry-Problem. Ob beispielsweise überhaupt ein bestimmter Zustand jemals erreicht wird. Das ist Aufgabe 9.7, die Sie da durchführen sollen, wo Sie genau das hier einmal durchführen sollen. Ich mache das vielleicht morgen noch mal hier an diesem Beispiel hier vor. Und dann will ich mir vielleicht auch noch ein anderes Beispiel, gucke ich mal, wo genau sozusagen dieser Gedankengang der Reduktion durchgeführt wird. Es ist nicht ganz einfach, das gebe ich zu, weil man diese Reduktion auch in die falsche Richtung anwenden kann. Aber ich mache das vielleicht morgen noch mal vor. Für heute würde ich es jetzt erst mal soweit bewenden lassen und würde jetzt erst mal die Aufzeichnung stoppen. auf der Mitte. Ja. Das ist nicht ganz einfach so,